Musik Schon immer wurde Bitumen von Fachleuten zur Abdichtung eingesetzt. Ab heute können auch Sie es nutzen. Dank Seal Up. Flüssig Bitumen in der Sprühdose. Musik Ein Durchsickern in das Dach und die Deckung kann Sie viel Geld kosten. Undichte Rohre und Dachrinnen können lästige Schäden verursachen. Seal Up ist die einfachste Lösung für eine unverzügliche, schnelle und dauerhafte Versiegelung. Seal Up versiegelt sofort Risse und Löcher und schließt so alle Lecks. Es repariert endgültig und garantiert eine perfekte, widerstandsfähige Dichte für viele Jahre. Durch die innovative Formel von Seal Up wird auf jeder Oberfläche eine undurchlässige, bituminöse Schicht gebildet. Wenn die behandelten Oberflächen getrocknet sind, können sie auch gestrichen werden. Musik Einfach zu handhaben. Für jede Art von Reparatur geeignet. Auch bei längerem Eintauchen in Wasser behält Seal Up seine abdichtenden Eigenschaften. Musik Seal Up hält extremer Wärme und Kälte stand und bleibt dabei immer vollständig flexibel. Auf die extremsten Klimabedingungen können die hervorragenden abdichtenden Eigenschaften nicht beeinträchtigen. Musik Für Wartungsarbeiten, Hobby, Auto, das Haus, den Garten und sonstiges geeignet, dichtet Seal Up alle Oberflächen ab und schließt Lecks. Musik Seel Up, der bituminöse Reparateur in der Sprühdose. Ein professionelles Produkt für jedermann. Musik Musik